Oh ja, die ist schön, die Map. Oh, die ist geil, die Map. Oh, die ist geil. Das ist aber grausam. Du Scheiße. Hier hatte ich noch eine Rechnung offen. Ich auch, mit allen anderen. Auch mit El Gerito, ne? Den muss man auch... Mit allen außer Außen. Das kenn ich doch hier, Crossing Animal. Crossing Animal. Crossing Animal. Dadu Valley. Dadu Valley. Drei. Warte Leute, ich hole mich kurz ein Käftchen. Ich konnte eben... Die Lokomotive, die ich auswählen, hat immer die Diegel genommen. Ist das ein Bug oder was? Kann mir da einer helfen? Ja klar, was brauchst du denn? Ich wollte vorhin auch als Traitor diese Lokomotive losschicken. Wollte ich auswählen, hatte ich immer die Diegel genommen. Da musst du scrollen mit deiner Maus, da kommst du dahin. Oder scrollen mit den Maus zu drücken. Das kriegst du hin, Renny, das ist nicht schwer. Ich glaub an dich. Ja, aber da stand halt Diegel und diese komische Thomas übereinander geschrieben. Weißt du was? Schmein. Ja. Und dann konnte ich die auswählen. Das ist eine Frechheit. Eine Frechheit. Ich will das auch treten. Leute sollen uns versammeln und ein Lagerfeuer machen. Wat? Lagerfeuer. Das Lager. Das Lager. Ich muss ja auch mal kurz leiser machen, ey. Ist jemand geflogen? Guck, jetzt tut er so als hätte er einen Kaffee geholt, weil die ganze Zeit einkaufen steht er schon. Hahahaha. Hör, hör, ich beweise es. Boah, der ist ja permanent, ne? Oh, warte, warte, dann muss ich auch noch kurz hier, ich hab auch noch... Kinder Bueno ist geil, ne? Ja, danke, Gerät, ne? Ja. Hä? Wer schießt da in der Ecke? Big, Big hat geschossen. Wer war das? Biggels. Aber da war noch keiner. Bigg hat Dings umgelegt, hier vorne liegt er. Ja, liegt da. Biggels Traitor. Wow, 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 warum schießen wir einfach rum? Wer hat doch Biggels, äh, wer hat Biggels geschossen? Ich hab gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich konnte die Leiche nicht kontrollieren, keine Ahnung. Du musst sterben. Ja, wenn er hier rumschießt, ne, der ist ja blöd, ne? Warum soll ich denn sterben? Ich muss die Waffen testen. Nee! Äh! Oh Gott. Was denn? Wer war das? Biggels? Er hat ja auf Dings geschossen. Renni? Renni, du hast lange nicht mehr Traitor. Ich glaub, ich glaub Renni ist Traitor. Der Renni, ja? Renni. Renni. Renni schießt auf mich! Natürlich! Aua! Allein schon? Ich guck mal, ich guck mal, diese Sterbe-Sounds. Was sind denn denn für Schauspieler? Nach dem Sound waren die schon fünfmal alle tot. Innocent, warum schießt der denn auf mich? Hast du den umgelegt, Bigg? Boah, nee, oder? Oh, nee, oder? Oh, nee, oder? Oh, nee. Ich bin der, ich schwörer. Gib mir ne Gold am Gang. Ich mach's. Haben wir nen Detektiv, der den wiederbeleben kann? In Renni? Hey! Bigg, mach das! Ich steh ganz kurz hier rum. Was denn? Jetzt musst du doch sterben, wenn du nen Innocent erschießt. Ich hab mich irgendwo einfach hingekommen, ne? Er hat auf mich zuerst geschossen, ich hab mich nur gewehrt. Also das hab ich anders gesehen. Wie kommt denn jeder aufs Dach? Schokola! Gib mir doch einfach ne Golden Eagle oder so. Schokola! Wo ist unser Detektiv? Wo ist denn der Detektiv? Wirklich, ich bin Innocent. Ehrlich. Detektiv! Sole lebt auch noch. Bigg? Ich glaub eher Sole und Bigg. Okay, pass auf, ich ne Kuhfuß in der Hand. Ich nehm Kuhfuß in der Hand. Ich nehm Kuhfuß in der Hand. Lebe auch noch. Kuhfuß? Bist du Detective, Dennis? Nee. Habt ihr den Muggles gesehen? Nee. Was war das? Was war das? Was war das? Ich hab nichts gemacht! Das war ne Traitor-Waffe. Was ist das? Sole! Ich hab nichts gemacht! Du hast doch gerade jemanden erschossen! Ich hab gar nichts gemacht! Ich fiel! Vor meinen Augen hat Sole jemanden erschossen. Der Bigg. Sole, warum hast du ihn erschossen? Sole? Sole? Sole ist es ja. Gerrit? Wo bist du? Wo ist Sole? Ich vertrau keinem von euch. Ihr könnt mich am Arsch decken. Ich leg euch alle rum. Ich bin alleine hier, Gerrit! Nein, hau ab! Die traust du sowieso nicht. Hau ab! Warum denn denn? Nee, weil du schon wieder so am Lachen bist. Ich lache immer! Ja, geh ins Wasser! Wieso? Bist du jetzt wirklich ins Wasser gegangen? Okay, nach dem Lachen ist er wohl tot, hm? WTF? Wer ist denn jetzt noch da? Wer ist denn jetzt hier der Böse? Wer ist denn jetzt, der Böse? Schokolade ist, weißt du? Also ist Schokolade, kommt zu. Das habe ich gemacht, um dich abzudecken. Und ich habe gedacht, dass Big Bo das Feuer eröffnet hat. Und dann kam die Bombe, bestens sei mich. Und Renni hat mich schon... Ich glaube immer noch, dass du es warst. Hallo, wer hat mich gekillt? Wer war Traitor? Kaiser. Warum vertraut mir denn keiner? Da schaue ich nicht hin. Was soll denn das? Warum sagst du zu mir, ich soll ins Wasser gehen? Ich? Weil ich wusste nicht, dass du das machst. Och, Dennis. Verdammt, er hat... Ich bin kein Geschmack. Die Musik macht mich richtig aggressiv. Was denn? Das macht es nicht besser. Oh Mann, ich wollte dich halt genau ab, Mann. Was ist? Auf was hast du geschossen? Ich bin nur aufs Decke. Mann, warte, guck mal hier, oben ist der... Ne, da oben kann ein Trader rauskommen. Guck mal, da oben. Ja, ja, guck mal, guck mal, guck mal. Auswahlverfahren. Ja, okay, ich weiß nicht, da oben kann ein Trader rauskommen. Ja, und dann stirbst du auch noch, ne? Warum schießt du dann da drauf? Weil ich dachte, das kann man gleich auch kaputt machen. Alter, ich hab's immer noch predigtet. Trader. Das Feuer ist auf. Zeig dir mal aus, Big Bo. Hier links können wir ein Item raus holen. Ja, ja, ich zeig dir mal mein Nasen zeigen, ne? Oh Gott. Ja, du warst, du bist auch hier. Ich bin doch gerade hier hingekommen, was du sagst. Ne, du standst die ganze Zeit hier. Ah, bei Siphos. Okay. Wir müssen mal im Auge behalten. Moment, Moment, Moment. Wenn Dennis sagt, ich war da und ich war nicht mal ansatzweise da. Richtig. Der lüscht. Du kamst doch aus dem Haus raus. Oh, der Dennis. Ja, Gerrit. Warum läufst du hier noch, Gerrit? Gerrit ist Traitor, der verarscht. Hier läuft er. Guck dir, was machst du da? Du warst doch im Shop gerade. Ja, man kann irgendwie diesen... Was hast du da gemacht? Ja, man kann das irgendwie aufbekommen. Man muss so drei Items durchfinden. Kann man es auch machen. Ist doch legitim, oder? Kaiser, ich habe eine Frage. Wieso hast du den Zug vorhin genau in die Richtung hinge... Ich habe ein Radar vorher aktiviert. Ich wusste wohl, es geht auch durch die Wände. Ah, geil. Ja, das habe ich gesehen. Das macht mich voll aggressiv, ey. Und er hat das, glaube ich, aufgedeckt, oder? Ich habe damals in meinem Kinderheim gehört. Ich habe Radar an, ja. Kinderheim? Äh, warte. Dennis, mach jetzt. Wie geht's dir? Wohle, da hinten wird geschossen. Was soll ich? Was soll ich? Willst du meine Waffe? Ey, ey, ey. Ach so, ja. Go-Kang war bei mir. Meine Waffe von der Tomi. Nein. Deine Go-Kang war bei mir. Wieso nicht? Die ist gut. Nein, ich will nicht. Ich schmeiß meine hier rein. Nein, geh weg. Also, regni. Arrasment, nein. Kaiser, Wohle, die ganze Zeit ab. Ich habe dich aber nie gesehen. Ja, gut. Dann lernst du mich noch kennen, Freund. Wiggels ist vor mich, Wiggels. Was denn? Okay, was? Wenn du was denn bildenst, dann warst du es immer. Immer. Ich habe nichts gemacht. Nein, nein, er hat es. Ich habe mich jeden die ganze Zeit belästigt. Ich war bei Sohle, die lebt noch. Ich war bei hier, die lebt noch. Ich bin jemand mit Platzpatronen oder mit, äh, Dings, wie heißt die? Ein Knalltor. Einfach mal zu laut spreche, weil die Musik zu laut. Boah, das ist richtig trausam, oder? Hier ist jemand tot im Haus. Hä? Er hat hier gerade geschossen. Hier hat gerade jemand geschossen. Und hier lädt jemand nach. Ich muss leider töten. Ich bin Detective, ich mache das. Das ist mein Beruf. Ich nicht. Nein, ich bin rumgelaufen. Gut, dann geh rein. Spür in das Haus. Vorsicht, Vorsicht, da hast du Haus raus. Das ist Big. Big ist das. Big ist das. Nee, 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 nee. Dein Big ist das. Nee, das war im Haus. Goki war das. Warte, warte, warte. Irgendjemand springt gerade in den Haust. Dann erschießen, Big. Komm. Erschießen. Nee, 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 nee. Ich bin mir nicht sicher. Also entweder Big oder Gokeng. Ich war nicht mal in einem Haus. Warte mal, Gerrit war auch da. Na, nee, nee. Gokeng erschießt, gerade. Der ist hier in diesem Traitor-Raum, in dem Haus. Ich glaube, Gerrit und Big wo? Gerrit war das. Okay, hör mal zu. Hier ist einer im Traitor-Haus. da geht nicht auf habe ich versuchte ich traue keinen von euch kann man nicht aufmachen hat der weg auf lenken ist habe ich gar nicht der weg ist hinter dir also wenn ich jetzt tot bin ist big der trade-on sole er hat auf mich geschossen sicher dass sie nicht aus dem raum geschossen oder die goldene waffe der detektiv ist tot das hat sich erledigt sich da reingefallen das tötet dich du wartet schubsen weiß nicht ob er hätte da könnte innocent gewesen sein egal ist sowieso der letzte zähne wer lebt noch Es war so gut gemacht, ne? Ihr habt es eigentlich so gut gemacht, aber dann in dem Moment, wo ihr euch gegenseitig abgeschossen habt. Das war das Problem. Die Trader waren beide ganz im Traderraum. Wir haben uns gerade gegenseitig abgeschlachtet? Ja, ihr habt euch einfach gegenseitig abgeschlachtet. Ja, du! Die beiden Trader waren ganz im Raum. Ja, du hast auf mich geschossen, Jared! Hab ich gar nicht. Aber haben die denn Attrappen dahin gelegt, und so lange die Leichen von denen? Die haben Attrappen hingelegt. Ja, ich hab aber gedacht, Dennis und Mike jetzt anfangen. Oh! Hä? Was war alle? Trenny, du bist ein Kack-Nedictiv! Wow! Ich hab voll drüber halt weggeschossen. Ich war so. 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 Wir haben uns alle gegenseitig abgeschlachtet. Und die saßen. Wir haben uns alle gegenseitig abgeschlachtet. Und die saßen. Wir haben die ganze Zeit so Bewegung gemacht, dass wir nicht miteinander reden. Ja, aber so. Hä? Aber eigentlich war es super gut von Innocence gemacht. Nur der Moment, wo dann auf einmal alle sich gegenseitig abgeschossen haben. Das war das Problem. Ja. Das war für uns so. Deswegen haben wir nichts gemacht. Ja, wegen Renni halt, ne? Kaiser hat sehr gut analysiert, dass die beiden Traitor im Traitorraum sein müssen. Aber warum hast du mein Zug getriggert, Dennis? Was hast du Muggles? Warum hast du mein Zug getriggert? Du hast gesagt, ich soll schießen. Ich wollte das mal ausprobieren. Ich wollte das mal ausprobieren. Dann hab ich meinen Zug einfach los. Ich hab die jetzt genommen, ja. Hattest du einmal den Zug? Ach, hab ich das mit dem Zug gemacht? Ja, du hast gesagt schießen. Und ich hab den Zug genommen. Ich hab's gesehen. Weg damit du nicht reißt. Aber als du klein warst und du dann rausgesprungen bist, Junge, ne? Das sah gut aus, ne? Ich bin so gestorben vor Lachen. Ja, ich hab voll über ihn drüber weggeholzt. Ey, ich denk mir die ganze Zeit, wo ist der Typ eigentlich? Ja, auf einmal, am Ende. Danke, Go-Kang, für die Geschichte. Fing it! So was schief. Das war immer ein Go-Kang. Go-Kang, Go-Kang! 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 So, was denn? Go-Kang ist es, Go-Kang ist es! Hä? Wo denn? Ja, Dennis macht früher Scheiße, oder? Ja, kill ihn. Na, ich hab auch die Schüsse gesehen, das war Go-Kang. Warte mal, warte mal. Nee, du machst früher Scheiße, Alter. Dennis, Alter, du bist so ein Spaten, Junge. Du warst Hyphers? Ja, ich soll jetzt... Er schießt halt die ganze Zeit nur wieder rum. Ist der Traitor? Er schießt halt wieder rum. Ja, weil er mir ins Gesicht geschossen hat. Ja, ist er Traitor? Guck mal nach. Nee, ist er nicht, aber er hat mir ins Gesicht geschossen. Also entweder Go-Kang oder das Heißen. Ja, dann belebt ihn wieder. Nein, nein, ich bin's nicht. Er hat mir ins Gesicht geschossen. Reifers, komm her hier, du nimmst jetzt den Golden Gun. Danke. Und was soll er damit machen? Was soll er damit machen? Schießen, oder nicht? Ja, dann stirbt einer im bestimmten Fall. Ja, aber wozu denn? Wir müssen, wenn er auf mich schießen will. Wer ist Detektiv von uns? Der, der sagt, dass er es ist, muss auf ihn schießen. Ja. Und wenn er es nicht ist, stirbt, der findet die Person, die falsch geraten. Fick, belebt ihn doch mal wieder. Der schießt nicht auf Big Wurdy, das lohnt sich nicht. Okay, okay. Ich dachte, das ist okay. Also der schießende stirbt dann. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich Wurdy nicht. Der ist nur umgebracht, weil er mir ins Gesicht geschossen hat. Hä? Dann hol dir mal im Shop hier den Defibrillator und dann belebst du ihn wieder. Den Defi oder was? Den Defi oder was? Den Defi. Ja, warte. Ja, ich bin halt er ruhig. Er ist doch innocent. Der kann uns doch keine Informationen geben. Der Detective kann ihn auch wiederbeleben. Ja, aber der kann uns keine Informationen geben. Ich muss sagen, Dennis hat irgendwie sehr anti-innocent für sich halten. Ich habe hier so eine komische Gun. Die muss ich jetzt mal wegschmeißen, damit ich was kaufen kann, oder? Ne, doch nicht oben. Der kann alles kaufen, aber du hast nichts. Jo. Und ich. Dann lief eine schöne Leben. Ach hier. Wir kommen aus Nigerien. Wir kommen aus Nigerien. Wir kommen aus Nigerien. Wir kommen aus Nigerien. Ja? Diesmal ganz schnell in den OZ drückwärts. In den OZ drückwärts. In den OZ drückwärts. I-N-N-O... Ne, T-N-E-C-O-N-N-I... U-D-S-S-R. Aha. Warum hast du dich verplappert? Weil ich dumm bin. T-N-E-C-O-N-N-I... L-N-O-N-A-P-E... Ich bin dumm bin. So. Gerrit rückwärts. Innocent lesen. Was? Was? Innocent rückwärts lesen. Steht ja links unten. Lest mal rückwärts. T... Ja? N... Ja? E... Das geht ja schnell. C. Ich bin 48 Jahre, aber da warst du von mir. Ich auch. Ja, Gerrit ist so gut... Also, Gerrit ist es schon mal. Der konnte mich rückwärts... Was? Bist du doof, oder? Der kann nicht buchstabieren. Wo es echt links steht. Gerrit, bitte töten. Was? Warte, 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 warte. Wer ist denn jetzt hier bei mir? Ich glaube, Renni ist hier. Wer fällt denn schon wieder? Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Gerrit, ich versteck mich immer. Ja, richtig. Ich hab's grad wieder getan. Ja, ja. Hinter dir ist ein, du kannst mich hier schießen. Die Musik macht mich so aggressiv. Renni, Junge. Du hast immer so'n Misstrauen. Ja, komisch war ich im Spiel, ne? Lass uns doch mal die Ecke gehen. Ah, jetzt hat jemand aktiviert. Ja, komm. Ich geh mit Gerrit mal hinten in die Ecke. Das war... Gokeng, oder? Gokeng, der ganz komisch auf einmal... Wer hat das gerade gesagt? Soleil? Gokeng hat geschossen. Gokeng hat geschossen. Ich wusste es doch. Ich hab's immer geschossen. Also Gokeng ist Traitor. Gokeng ist Traitor. Gokeng, Soleil, ne? Wenn er nicht antwortet, dann gesteht er damit. Soleil, weiß ich nicht. Nee, ich bin's nicht. Ja, hat Reni eben gesagt. Komm, ich hätte schon längst euch durch so'n Regenbogen-Dingsbums töten können, also die Schildmauer, Rennotten. Gokeng ist es. Gokeng ist es. Gokeng ist es, wenn der nicht antwortet und sagt, nein, ich bin's nicht. Gokeng ist, wenn er unschuldig ist, hockt er ganz ruhig in der Ecke. Und wenn er im Trader im Haus ist. Gokeng ist in den Innocentraum oder so. In den Innocentraum? In den Innocentraum. In den, ihr wissen das. Ach, hier, Ecke ist er! Ah, das hat weh! Wbo, wbo, wo, wo? Da sind zwei, einer ist oben im Raum und einer... Ah, das hat weh. Stürmen, stürmen! Hopp! Der kann man hoch. Ich hab einen. Ja, ja, oben ist noch einer. Gokeng, jetzt komm raus, du Schmuck! er hat nicht mehr viel leben ich habe keine munition mehr und das essen wird knapp er gibt aber ich gebe nicht auf lange mein wille da ist eine tücke für jeden innocent nun warte ich meine letzte zeit ab wie du einfach in den himmel guckt weiß ich wie das mit euch ist aber ich will jetzt mal eine runde rainbow stehen nach der runde spiel ich mit macht ihr mal ich sage nicht dass ihr das müsst und ich will das mit mir doch die scheiße man aber immer so kurz mal ein bisschen länger bis neun ist so lange so anderthalb zwei stunden ist ok na also jemand hat so eine blasbombe aktiviert eine blase woher weißt du das weil ich eine cam unter dem schreibtisch installiert habe ach so hast du mich ein token gegeben was habe ich dir token gegeben also ich bin detektiv ja ich detektiviere hier ist das war sehr schwierig dann lass uns hier verstecken das wasser schubsen nein geht doch gar nicht ich habe ich habe ich bin auch nach der runde raus ich bin eine dünste geraufen wollt ihr nicht vielleicht einfach nur duschen gehen da ist ein reifen das ist diese musiken ja da bist du jemand wahnsinnig da ist der toretto ja natürlich ich gucke ich beobachte euch das war der weg renner ich habe es gesehen ist das mit diesem stick hier einfach rein drücken die stieg diese musik neutralisieren ist ja nicht so anfühlt battlefield was denn man welchem des west duellen holst du auch nicht hin mit jedem rücken an rücken sechs schritte und dann schießen wir warte aber ich bin immer ich auch macht mehr denn ist das schon wieder viel zu ruhig wenn die leute die ganze zeit hier subs da lassen was soll ich machen ach so ok dann ist doch genauso über mir okay Wenn wir heute noch die 20.000 erreichen. Richtig, richtig. Zieht er sich nackt aus und dreht sich auf seinem Stuhl. Würde ich echt machen. So kann mich einfach einer umbringen, bitte. Ja, komm. Wer auf Non-Werbung steht, kann gerne zu mir kommen. Soll ich? Ähm. Ähm, Gerrit hat geschossen. Nein, das kam von da. Hä? Da. Cyphers, Cyphers. Alter, Gerrit beschuldigt mich immer, ne? Ich weiß nicht. Das war wirklich Cyphers. Stopp, ich höre aufhören. Das war die Waffe von Cyphers. Ja. Na, er war es aber nicht. Ja, siehst du. Soli hat ihn beschuldigt. Die ist es. Ja, aber Soli hat die Waffe nicht. Das muss weiter weg gewesen sein. Warum beschuldigt Soli immer andere Leute? Weil ich unschuldig bin. Cyphers, ich weiß nicht, wer dich getötet hat, aber ich werde dich rechnen. Ich rechne dich auch, Cyphers. Ja, 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 ja. Die Musik tötet mich immer noch. Sohle ist gestorben durch eine... Soli stand hier vorne. Gott kann... Ich werde dem auf den Grub gehen. Renny, Renny ist leise. Warum ist Renny leise? Warum Soli 29? Hä? Hau ab, Mann. Herr Wegrenner. Nein, ich habe nicht geschossen. Erklären Sie mir eine Frage. Warum wurde Soli mit einer automatischen Schrutzelndicke getötet und Sie besitzen eine automatische Schrutzelndicke? Doch, der Wegrenner hat eine. Nein, der steht vor mir. Und er schießt auf mich. Ich kann nicht fahren. Ingo Renzen. Ah, scheiße, Mann. Das war... Hä? Keine Ahnung. Ich wusste nicht, wer auf ihn geschossen hat. Einfach mal beide wegmachen. Da sitzt er wieder. Sorry. Die Fernbedienung. Wer ist es? Gleich kommt die Dokumotive-Musik nicht besser. Das war nicht dringend. Hör auf damit! Ihr habt mir kein Wohl zuhören. Die Musik macht einen bekloppt, ne? Die macht einen echt bekloppt. Was macht der denn? Es legt ihn doch um. Ach, du Hund! Schön gemacht. Schön, Mann. Nice. Das ist aber so gut wie tot. Ich dachte... Naja. Mann! Aber ich habe die ganze Zeit versucht, euch fernzusteuern. Hast du gar nicht? Schön, ich auch.